Servus, Mario aus Thailand, Sutterhip. Heute Abendessen mit meinem netten Kumpel, mit dem Klaus und mit seiner Freundin, der Da. So Leute, schauen wir mal, was gibt's denn heute Gutes? Hallo Klaus, hallo da. Hallo. Ah, was essen wir heute? Ah, not you a lie, a lie. Was? Dumtü. Dumtü. Na ja, gut, also das ist eine Nudelsuppe, Nudelsuppe mit Hackfleisch, mit Eier, mit Gemüse und Reis natürlich, und hier speziell natürlich für unsere Thai-Frauen, sehr scharf, Pet, Pet. Tschulai. Jam. Jam. Na ja, jetzt haben wir das Jam auch noch. So, sehr gut. Wunderbar, wunderbar. So, unsere Hunde, der Rambo. Rambo? Rambo, you okay? Yes. Big boy there, Rambo. Ja. Der Klaus hat auch die Hündin mitgenommen und jetzt beschnuppern sich die Hunde einmal ein bisschen. Ganz nett. Ja, Gecko inside. Kein Gecko, kein Gecko inside. Kein Gecko inside. Na ja, Leute, jetzt werden wir dann essen, werden wir dann essen. So. Okay, super. Auf geht's. Vielen Dank. Auf geht's, Leute. So. Hunger, Hunger. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Auf geht's. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte. Es ist kostenlos. Vielen Dank, Leute. Ihr seid absolut mega spitze. Dankeschön. Tschüss. Servus. Mari aus Thailand. Sata Heap. Heute Abendessen. Thai Food. Tschüss. Servus. geht's. Tschüss. Kohnen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.